Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir mit einem neuen Kapitel anfangen und zwar der fortgeschrittenen funktionalen Programmierung. Das haben wir oder das können wir in nicht jeder Sprache machen, aber in Kotlin ist das möglich, denn funktionale Programmierung, naja, die ist noch ein bisschen mächtiger als das, was wir bisher gemacht haben. Wir haben schon sehr viel gemacht, wir haben sogar schon mit Lambda ein bisschen hantiert, aber es geht sogar noch ein bisschen weiter und zwar fangen wir heute eben mit den lokalen Funktionen an. Wir werden sehen, Funktionen sind einfach everywhere, ja, überall Funktionen und das ist echt geil, denn man kann damit echt coolen Kram machen und ja, der kann einem wirklich was bringen. So, also zunächst einmal, was ist eine lokale Funktion und wie sieht das aus? Das ist relativ simpel, im Endeffekt ist es eine Funktion, also Function bar, ja, oder Funktion bar, mit einem weiteren, also quasi in einer anderen Funktion drin. Die kann genauso aussehen wie eine normale Funktion auch. So, und jetzt gebe ich hier einfach bar von, keine Ahnung, 0 zurück, weil es wird eh nicht benutzt, dieser Parameter hier, aber es ist im Endeffekt eine ganz normale Funktion, die aber nur innerhalb dieser Funktion verfügbar ist. So, warum ist das jetzt irgendwie relevant? Nun, ich kann diese Funktion hier, diese bar Funktion, wirklich nur innerhalb von foo aufrufen. Das heißt aber auch, ich kann, also im Endeffekt passiert hier jetzt nichts anderes, ja, ich will euch das gerade mal ganz kurz demonstrieren, wir machen hier einfach wirklich mal ein Printline, nicht Hallo Welt, sondern wir, lassen uns erstmal ein Objekt, war obj, ist gleich myclass, myclass, genau, myclass, und hier rufen wir jetzt einfach mal obj.fu auf. Wir sehen, hier kann ich nirgendwo bar auswählen, ja, das geht einfach nicht, geht nicht, gibt es einfach nicht, ich kann auch nicht fu.bar machen, das geht auch nicht, weil das ist eben, wie gesagt, eine dieser Funktion, die man eben nur hier drin auch wirklich ausführen kann, ups, und ja, das hat seine Vorteile, wie wir auch gleich sehen werden, so, wir müssen das ganz kurz kompilen und dann starten, äh, achso, ja, richtig, ich habe ja kein A angegeben, ups, okay, so, und wir sehen, wir haben hier 43 rausbekommen, das heißt, offensichtlich hat dieses bar funktioniert, wo wir einfach nur 42 zurückbekommen. Jetzt, was genau ist der Vorteil davon? Nun, der Vorteil von sogenannten, das ist eine lokale Funktion, der Vorteil liegt einfach darin, dass ihr euren Code nochmal besser strukturieren könnt, denn wenn ich jetzt diese Funktion bar, sagen wir mal, irgendwo anders hingeschrieben hätte, das heißt, ich hätte natürlich auch sagen können, ich habe das hier als ganz normale Methode drin, ja, ich könnte das sogar als Print, Private Function machen, das ist auch überhaupt kein Problem und ich kann das auch nur innerhalb der Klasse benutzen, aber jede Methode in meiner Klasse kann jetzt diese Funktion bar verwenden und das ist nicht unbedingt immer das, was ich möchte, denn vielleicht muss ich innerhalb meiner Methode, also innerhalb von Foo, einfach nur mal eine sehr komplexe Berechnung machen, weil das einfach wirklich ein komplexer Algorithmus ist, das aber thematisch nicht in die Klasse passt, also können wir uns einfach mal zum Beispiel überlegen, wir haben hier eine Klasse, die quasi eine, sagen wir einfach mal was recht komplexes, ein neuronales Netz ist, okay, das ist von mir aus zu groß für eine Klasse, das heißt, wir haben hier keine Klasse neuronales Netz, sondern wir haben von mir aus die Klasse Neuron, okay, und jetzt wollen wir mit diesem Neuron, wollen wir berechnen, was da quasi rauskommt, also als Ergebnis sozusagen, bei einem gewissen Eingabeparameter, ja, und ja, ich habe natürlich alles gespeichert und so weiter und so fort, aber was ich nicht habe, ist von mir aus eine Berechnung für, keine Ahnung, Backpropagation, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so am interessant oder am besten zu realisieren wäre, aber im Endeffekt sind diese Funktionen dafür da, damit man wirklich den Kram, der wirklich nur in eine Funktion gehört, auch wirklich nur innerhalb dieser Funktion hat, ja, das heißt, ich habe, ich kann diese Funktion Bar nur innerhalb dieser Funktion aufrufen und das entspricht im Endeffekt Clean Code, ja, das ist sauberer Code, wenn ihr wirklich nach Funktionalität kapselt, wenn dieses Bar jetzt draußen wäre, ich aber nur in einer Methode immer dieses Bar hier aufrufe, dann ist das eigentlich schlechter Code, denn dann könnte ich dieses Bar auch hier reinschreiben, damit niemand aus Versehen dieses Bar aufruft, ja, wenn es wirklich nur von der Abhängigkeit und vom Sinn auch, logisch quasi nur in diese eine Methode reingehört, dann sollte man das da reinschreiben und das ist dann eine lokale Funktion. So, ähm, selbiges gilt übrigens auch für Funktionen, also für echte Funktionen, das ist jetzt hier eigentlich eine Methode gewesen, ja, das ist trotzdem eine lokale Funktion, aber das ist eigentlich eine Methode, weil sie ja innerhalb der Klasse ist. So, und, ähm, ich kann das aber auch genauso machen mit meiner Fun-Main, ich kann hier genauso eine Fun-Bar reinschreiben übrigens, das Tolle ist auch, diese Namen, die überlagern sich hier eben, also die können nicht überlagert werden, das heißt, ich kann trotzdem noch eine normale Funktion Bar haben und in dieser Funktion Bar kann ich auch nochmal eine Funktion Bar haben. Sollte man nicht machen, aber es wäre rein rechnerisch möglich, da muss man aber wissen, dass dieses Bar sich natürlich auf diese lokale Definition hier bezieht, okay. So, und ich kann auch dieses Bar hier drin haben und einfach hier nur Return 42 machen, ähm, was wir natürlich hier angeben müssen und dann können wir hier einfach nur von mir aus eine Bar generieren, ja. So, und dann bekomme ich natürlich genau dasselbe Ergebnis raus, nein, dann bekomme ich 42 mal 2, also was anderes raus, 84, genau. Und ja, das ist im Endeffekt die Variante, wie man lokale Funktionen verwenden kann. Im Endeffekt nichts besonders Neues, nur, dass man es eben weiß und dass man auch weiß, dass man das anwenden sollte, wenn es thematisch eben so passt. Okay, das war's von meiner Seite, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao.